damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge um Minecraft SkyBoss Schabe den Zwag am Overloaden Ne noch Gucci Bratan ich trag ne noch Gucci ich hoffe ich werd nicht angegriffen weil ich voll dieser Minecraft Noob bin NEEEIN NIIIIIIIIIIIIIIIIIE Hehehe Oh du und nie so jemand Ich lass die jetzt kämpfen und dann hab ich die ganze Stuff, ey. Heute wieder ne Runde Minecraft Sky Wars Online. Bestimmtes Thema, weil ich scheiße bin und mir nix überlegen kann, worüber ich spreche. Auf jeden Fall zerreißen wir die Gegner gleich. Oho, danke Bratan. Oho, ob der jetzt auch drauf reinfällt. Lassen wir die mal kämpfen. Mein Plänchen geht auf, Jungs. Ciao. Einfach mit dieser schlechten Ausrüstung zwei Gegner geholt. Wie geht das? Jungs, so was schaffen nur die Pros, die dein Swag am Overloaden haben, sagt er. Und verliert die Runde. Kopf hoch. Er hat kein Goldschwert. Sagt er und verliert die Runde. Komm. Und damit würde ich sagen, haut da rein, Leute. Euer Viro. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.